So, ich zeig euch heute, wie ich den Vintage Splash von Hokka-In baue. Das ist der Kopf hier. Dazu gibt es von Hokka-In Vantanas. Er schmeckt nach Ananas mit etwas Grapefruit, etwas Mango und etwas Pfirsich. Erstmal den Tabak locker in den Kopf. Voll machen. Dann verteilen. Das Zeba zum Lochstopfen wegmachen. Dann mit einem Tuch den Rand säubern. Wenn euch das gefällt, würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und dem Video ein Like gebt. Kommt die Alufolie drauf. Magie. Dann noch das Ganze lochen. So. Danach das Ganze nachspannen. Wie man es hier sieht. Dann mit dem Daumen über die Ränder, damit es noch ein bisschen mehr Spannung gibt. Genau so. Einer fehlt noch. Perfekt. Dann den Sieb. Kohle drauf. Eins, zwei, drei. Drei. Fertig ist der Kopf. Und so sieht er aus, wenn er auf der Shisha ist. Und so sieht er aus, wenn er auf der Shisha ist. Aaang. Und so sieht er aus. Drei.